Es ist vom Start weg und in diesem Moment ist die Grünschaltung gegeben und jetzt wird beschleunigt. Jörg und Arne, Tonio Albazete, die sind in der ersten Reihe. Sascha Lenz versucht sofort am Renni-Reinhardt vorbeizuziehen. Die lief noch nicht ganz, ist noch so fast gleich auf neben ihm. Ich habe ein bisschen noch hier in den Abstand, aber ich gehe nicht vor. Das hat sich hier momentan gedreht, der Windbauer, MN, das darf nicht aussehen, wird sich der Eichnummer sagen. Ob das am Renni-Reinhardt nicht defekt ist, dass er die Fahrt fortsetzen kann. Aber siehnte, Arne, Kirsch, das sind alles Europameister vergangen. Der letzte jährige Europameister hat sich ganz schnell für Arne zu schaffen. Er versucht an dem Preis zu ziehen, der Freichleiter hat an der Unterrichtung von die Spanne. Arne hat sich noch ein neues Video auf der Innenseite gezeigt. Heute stellt wir an, wird momentan zurückgefängten Akku nicht vorbei im Zug. Aber jetzt...